Hattest du in den letzten Monaten Sex? Warst du verliebtet? Pille vergessen, Kondom geplatzt, Diaphragma verrutscht. Wie blöd hältst du? Das war der Gartenmacher. Und da standen viele Engel mit flammendem Schwert, die den Garten bewachten. Okay, Gunnar, das... ...hatte irre viel Kraft. Das hatte irre viel Kraft. Pille? Du sauer. Ich wollte nicht überdrehen. Oh, ich war es. Oh, ich war es. Oh. Ich wusste nicht, dass wir einen Publikum hatten. Ich bin nur eine beschissene Schauspielerin. Ein Schweiner. Besser? Viel besser.